Denn reden kann er. Er und die anderen Staats- und Regierungschefs stünden vor einer Aufgabe, die sonst James Bond, übrigens auch Schotte, zu lösen hat, die Rettung der Welt. Wir sind in der so ungefähr gleichen Position wie James Bond. Die Tragödie allerdings ist, dass das kein Film ist. Die Weltuntergangsmaschine ist real und die Uhr tickt. Nach der Rede zeigt ein kurzes Video den Staats- und Regierungschefs, was heute schon als Folge des Klimawandels geschieht. Wenn wir scheitern, werden künftige Generationen uns das nicht verzeihen. Sie werden wissen, Glasgow war der historische Wendepunkt, als die Menschheit versagt hat. Und sie werden mit Bitterkeit über uns richten. Solcher Pathos ist nicht ihr Stil. Auch hier in Glasgow ein letztes Mal für noch Kanzlerin Angela Merkel. Und was sie im schottischen Herbst in Sachen Klimaschutz erwartet, klingt dann so. Da geht es einmal um die verbesserten Ziele. Aber es geht vor allen Dingen in den nächsten Tagen auch um die technischen Fragen, wie können wir unsere Ziele verbindlicher messen und damit ein einheitliches Maß auch entwickeln. Aber es wird nicht leicht. Der G20-Gipfel formulierte gerade eher schwammige Ziele. Wichtige Nationen wie China sind nicht in Glasgow vertreten. Die Erwartungen der Bürger wenig euphorisch. Schön, dass sich was ändert, dass die Politik mal aufwacht und sieht, dass eben so nicht weitergehen kann. Und dass man dann aber auch Maßnahmen trifft, die was ändern. Ich hoffe, dass das mal in die Köpfe der Verantwortlichen kommt, dass wir was tun müssen. Eigentlich glaube ich, dass zu wenig rauskommt. Das trifft das ganz gut. Ich glaube nicht, dass über viel Reden, dass da wirklich was beschlossen wird, weil einfach die Maßnahmen, die Handlungen zu umfassend sein müssten, um das zu erzielen. Drastisch schon jetzt der Vorwurf der Umweltaktivisten. Alles heiße Luft der führenden Köpfe der Welt. Sie sollten die Emissionen reduzieren und die Welt auf einen sicheren Pfad bringen. Wir haben genug davon. Wir wollen jetzt konkrete Taten sehen. Da stimmt ihr Boris Johnson in seiner Rede auch tatsächlich zu. Und all diese Versprechungen werden nichts anderes sein als bla bla bla. Es sei denn, wir machen dieses COP26 in Glasgow zu dem Moment, in dem wir den Klimawandel wirklich angehen. Wie ernst ihn das ist, könnte Johnson in der Auseinandersetzung um eine neue Kohlenmine in England zeigen. Bla bla bla. Klimaaktivistin Greta Thunberg verwendete bei einer Kundgebung in Glasgow die gleichen Worte. Wahrscheinlich allerdings hat sie es anders gemeint. No mehr bla bla bla. No more whatever the fuck.